Yay, Nachsynchronisierung, wuhu. Meine Festplatte war voll. Der Wahnsinn, ist mir noch nie passiert. So, ich versuche das mal jetzt irgendwie hier nachzusynchronisieren, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen passt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr so genau, was ich gequatscht habe. Auf jeden Fall, mein Ziel ist es jetzt, diesen Mudaken aus dem Screen rauszuziehen nach links. Aber ich glaube, ich wollte erst mal gucken, wie jetzt der rechte Bildschirm aussieht. Also, rechte Screen. Ja, und dann sehen wir zwei Mudaken. Also, einer ist relativ gut sichtbar, der andere sitzt im Schatten. Mit einer Mine davor, das heißt, ich kann nicht einfach so da durchrasen. Und da habe ich mich dann gewundert, warum ich gesehen wurde, denn eigentlich war ich noch im Schatten. Jedenfalls zwar schon im helleren Schatten, aber hellerer Schatten und Schatten ist eigentlich genau das gleiche. Vielleicht war das da auch irgendwie ein bisschen blöd programmiert, keine Ahnung. So, da habe ich jetzt gewartet, bis der gute Mann wieder weggelaufen ist. Und jetzt möchte ich gerne einen Slick übernehmen, um die ganzen Sachen ein bisschen zu bereinigen. Aber ich komme da anscheinend nicht dran. Ich kann die anderen wieder rauslaufen. Denk, 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 denk. Ich bin echt, ich habe, glaube ich, noch nie nachsynchronisiert. Muss ich dazu sagen. Ich habe das vor zehn Minuten, habe ich das gespielt. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nur einen Part quasi nach, ja, ein bisschen mehr als einen Part nachsynchronisieren muss. Ähm, und nicht komplett alles, weil ich glaube, dann hätte ich nochmal neu gespielt. Ähm, ja, jetzt versuche ich, glaube ich, den Slick mit rüberzuziehen. Zu, nee, erst mal den, erst mal den Moodaken rüber. Genau. Und dann, glaube ich, mit der Lore weiter nach vorne rücken und ein bisschen kaputt machen. Kaputt manchen. Was auch hochgeniert hat. Zwei Slicks sind tot. Und keiner macht mehr Radar. Auf jeden Fall, ähm, ist es so weit, hat sich so weit gespeichert, bis halt wirklich die Festplatte voll war. Und das Blöde ist halt, diese temporäre Datei, ähm, speichert der auf C und C ist bei mir relativ klein, weil da eigentlich nur das Betriebssystem drauf ist, momentan aber auch ein bisschen mehr, weil ich ein bisschen schlampig geworden bin. Muss ich mal irgendwann mal ein bisschen aussortieren. Ja, und deswegen, ich glaube, die ist nur 90 GB oder 120 GB groß. Und da sind halt ein paar Sachen von Steam noch drauf, die wirklich über C laufen sollen. Ja, irgendwas temporärer hat er halt da drauf gespeichert und er war halt irgendwann voll. So. Jetzt denk, 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 was mache ich? Florian nach vorne ziehen. Wollte ich dann eigentlich so nah wie möglich an diesen pinken Streifen rankommen. Dann habe ich es dann einfach versucht und gehofft, dass sie nicht direkt erschossen werden. Hat auch funktioniert. Und somit wäre diese untere Ebene komplett befreit von bösen Schädlingen. Und jetzt kann ich einfach meine ein paar Mudarkens einsammeln und die retten. Natürlich nicht die letzten hier vergessen. Und wie auch schon gesagt, die können nur gehen, die können nicht rennen. Die können nur rennen, wenn das Portal offen ist, wie man gerade gesehen hat. Und was ich gerade auch noch gesehen habe, weil das ging mir die ganze Zeit nicht aus dem Kopf irgendwie. Ich habe tatsächlich New and Tasty schon gespielt. Ich habe das total verdrängt irgendwie. Also New and Tasty als Let's Play gespielt, so muss ich das sagen. Weil ich habe nämlich in meiner Liste mal gerade nachgeguckt und habe gesehen, oh, hast du ja schon gemacht. Da habe ich bei am Ende von Königreich für ein Lama schon mal Scheiße erzählt. Wo wir ja natürlich als übernächstes Spiel dann New and Tasty machen oder so. Ja. Dauert dann noch ein bisschen, bis Soulstorm kommt. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein Geheimnis gefunden. Wo einer plus drei sind. Also vier Mudarken, das heißt uns fehlen nur noch drei Stück dann, wenn wir die gerettet haben. Der hat das ein bisschen spät kapiert so. Wir haben ja auch Scheiße gebaut, also kleine Scheiße gebaut, denn der Oberrat überhaupt nicht gerafft, dass das Portal laufen ist. Deswegen musste ich immer mal anquatschen. Ist dann mit mir in den anderen Screen reingelaufen, weil ich aus irgendeinem Grund rüber gelaufen bin. Hat natürlich super viel Sinn gemacht, aber dann haben wir dann trotzdem noch gerettet. Jetzt sieht man auch, wir haben 68 Stück gerettet. Da habe ich geguckt, ob da trotzdem noch ein Geheimnis war. Muss hier mal ein bisschen ausprobieren. 68 Stück gerettet. Drei Stück noch in diesem Abteil, nenne ich es mal. Und ja, die drei, die kommen jetzt und da musste ich auch ein bisschen überlegen, wie ich das Ganze mache. Natürlich erst mal einen Quick Save gemacht. Wichtigste überhaupt. da hat man auch gehört, dass da ein Slick am rumlaufen ist. Hab mir die ganze Sache erst mal kurz angeguckt, wie der Bildschirm überhaupt aufgebaut ist. Das sind drei Mudaken, eine Bombe und ein Slick. Macht natürlich wieder einen Quick Save. So, und da habe ich probiert, ob der mich überhaupt sieht oder ob der direkt auf die Lohre losgeht, auch wenn ich nicht drinnen sitze. Aber wie man sieht, hat er erst mal alles vernichtet, was es gab und ich habe mir auch selbst bewiesen, dass wenn ich mich hinter der Lohre verstecke, dass er mich nicht erschießen kann, denn die Lohre steht im Weg. So. Jetzt war es mein Ziel, die Mine zu deaktivieren, damit er wahrscheinlich wahrscheinlich einen größeren Weg läuft, also über die Mine hinaus und ich den dann mit rüber in den anderen Screen ziehen kann und den dann übernehmen kann. Da war ich dann jetzt ein bisschen unter Stress und habe einfach draufgehauen auf die Mine. Gut Glück, aber hat nichts gebracht. So. Jetzt erst mal in den Screen reingehen, sich das Muster der Mine angucken und wieder rein, damit sich der Slick versettet. Und da haben wir gedrückt und da war dann schnell wie möglich aus dem Screen raus, aber bloß keine Aufregung da veranstalten. So, und wieder rein. Direkt ansprechen wollte ich ihn nicht, weil ich Angst hatte, dass er dann direkt schießt. Deswegen habe ich noch mal gewartet, bis er sich rumdreht, mich bemerkt und mir dann hinterher rennt. Genau. Schön da oben auf den Absatz gestellt und dann behauptet, dass er nicht wieder aus dem Bildschirm rausrennt. Ja, wieder ein Quicksafe natürlich gemacht. Und dann geguckt, was noch kommt. Ja, kam nichts mehr und dann einfach in die Lore bin ich glaube ich auch nicht mehr rein. Ich habe die drei Mudakens dann von der rechten Seite aus angesprochen, damit ich nicht direkt wieder in die andere Richtung laufen kann. Und dann zum Retten in den lustigen Vogelkreis. So, wir sehen uns fehlen noch vier Mudaken, die müssten uns im nächsten stollen. Dann, äh, oh, das war die Tür. im nächsten Stollen dann begegnen. So, also hier ist mal nicht viel los auf jeden Fall. Da unten sehen wir den Vogelkreis zum Retten und, äh, da müssen wir schleichen, genau, da müssen wir dann das Tor öffnen und damit voller Karacho oben auf den, äh, Vorsatz, mit Vorsatz auf dieses Ding da rennen. So, der rennt jetzt erstmal schön aus dem Bildschirm raus und man denkt so, scheiße, jetzt kriege ich den nicht mehr. Aber dann muss man da ein bisschen stehen bleiben, ein bisschen chanen und irgendwann kommt der wieder ins Bild reingelaufen. ja, da kommt er und dann kriegt man den auch. Denn mit diesem erstmal Quick Save, genau, mit diesem können wir jetzt die ganzen Spackos da unten vernichten. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich den Darken treffe, der da unten rechts am hämmern ist, aber der müsste eigentlich durch diesen Basalt, habe ich es mal genannt, Basalt-Klotz hinter ihm müsste eigentlich geschützt sein, genau. Da bin ich jetzt nochmal nach links gelaufen, um zu gucken, ob ich wirklich alles nichts getötet habe. Dann wieder weiter nach rechts, um zu gucken, was im nächsten Screen passiert. Da war dann natürlich auch nichts und dann haben wir den ganzen einfach mal ein Ende gesetzt. So. Dann bin ich doch nochmal, glaube ich, zurückgelaufen, hab geguckt, da noch irgendwo was ist, was man holen kann. Ich war zwar eben im Slick schon mal da, aber doppelt hält besser. So, ab in den Brunnen nach oben und da wusste ich noch, ja, dass da drei Slicks sind, die glaube, wo, glaube ich, nur einer von aufgewacht ist. Ja, hier hat es aber auch relativ wenig interessiert irgendwie. Ich bin dann erstmal auf den Absatz da oben gesprungen. Nee, gar nicht. Doch. Wir fahren dann auch mal endlich. Die braucht mir auch gar nicht, also ich hab dann erstmal noch genau geguckt, was da drüben ist und hab dann die Tür geöffnet und übernehmen können wir die Slicks sowieso nicht. deswegen geht's ab, weiter nach unten. Lopp. Lopp. Und demnächst im Screen erwarten uns auch nochmal zwei oder drei Slicks, die schlafen, wo wir dann auch nochmal schnell nach rechts trennen müssen. Der müsste uns folgen, genau. Und den müssen wir dann auch noch weiter mit nach rechts ziehen, damit wir ihn dann in diesem Bildschirm übernehmen können. Da schwebt nämlich kein Auge. Und wenn wir den dann haben, da waren natürlich auch ein paar große aus dem Bildschirm rausrennt. Aber jetzt, wo wir ihn haben, können wir dann die anderen ganzen Slicks über den Haufen ballern. Der war natürlich da unten geschützt durch den Basalt. Ich nenn's jetzt einfach mal Basalt. Aber ich versuchte durch diese kleine Lücke durchzuschießen, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. So, und hier war aber da konnte man ballern, wie man lustig ist. Also, da hat man fast immer getroffen. So, genau. Jetzt haben wir auch alle kaputt gekriegt. Ich glaube, ich habe mich nochmal vergewissert, ob wirklich alles hier rüber ist. So, und jetzt können wir durch den Teleporter uns nach vorne teleportieren und direkt in die Lore einsteigen. jetzt muss man natürlich aufpassen. Wenn man nicht mehr so ganz genau im Gedächtnis hat, wie da jetzt die anderen Screens noch aussahen, kann das schon mal passieren, dass man einen Modaten übern Haufen fährt. Das war nämlich jetzt hier. Das Problem ist nämlich auch, wenn man mit der Lore nach unten drückt, fährt die auch in die Richtung, in die man gerade fahren möchte. irgendwie, deswegen muss man da unten bei dieser Kurve und da rollt gerade eine Dörse über den Boden, da muss man halt da so ein bisschen aufpassen, wenn man da sowieso gerade nach unten drückt, kann das schon mal passieren, dass man aus Versehen ein Opfer bringt. So, und die habe ich da schön in den Schatten gestellt, weil ich nicht genau wusste, was da jetzt noch auf uns zukam. Aber ich glaube, ich brauche überhaupt gar nicht mehr auf irgendwas zu achten, denn genau da ist schon der Ausgang, nämlich der Zugang zum Kessel. So, die laufen wieder schön gemütlich, dann hier noch gerade nochmal schön abpassen, dass sie ungefähr auf einem Knubbel laufen, damit nicht irgendwie einer im letzten Bildschirm hängen bleibt. Ja, und somit hätten wir 75 von 75 Mudakens gerettet und wir können jetzt eigentlich so, ja, wir müssen nicht mehr wirklich auf Geheimgänge achten und so. Ja. So, und jetzt sind wir im Kessel, da waren wir schon mal relativ am Anfang, nur sind wir jetzt auf der oberen Ebene und nicht auf der unteren. Habt ihr vielleicht, also werdet ihr gleich vielleicht erkennen, können, wir landen nämlich da, wo die Slogs auch waren. Allerdings, ja, die Slogs, die haben wir ja beseitigt, aber wir haben da jetzt noch einen anderen Kollegen und ich bin halt ein bisschen vorsichtiger, ich habe ein bisschen öfter gespeichert, weil es ja Playstation 1 und wir haben ja schon bei Ein Königreich für ein Lava gesehen, dass sie zum Ende hin keinen Bock mehr hatte, aber so. So, Tür zu und da haben wir unseren kleinen Kameraden, der da rumdüsen ist und da dachte ich, der wird eigentlich weiterfliegen und deswegen wollte ich schon direkt nach oben durchklettern, aber nein, stehen geblieben und wir müssen nach ganz oben da sehen wir schon das erste Rad, an dem wir drehen müssen, aber wir müssen erstmal die Strombarriere da wegkriegen. So, da habe ich gewartet, bis er wieder kam. Da kommt er. So, und weiter geht's. Da hätte ich vielleicht stehen bleiben sollen. Ich weiß ja, was kommt. Und da haben wir schon mal den Strom abgeschaltet. Da können wir jetzt am Rädchen drehen und dazu kann ich noch sagen, dass man an dem Rädchen braucht man nur so lange zu drehen, bis das grüne Lämpchen leuchtet. Also wir brauchen jetzt nicht so lange zu drehen, bis dieser Balken, der sich da aufhüllt, so weit wie möglich aufgefüllt ist. Weil das habe ich nämlich damals immer gemacht und das war dann doch relativ stressig, aber jetzt weiß dass man nur so lange drehen muss, bis dieses grüne Lämpchen blinkt von dem Drehautomaten, wo wir da drehen. So, das Ganze dürfen wir jetzt nochmal machen, weil ich eben ein bisschen zu schnell unterwegs war. Hätte ich doch nochmal warten sollen. Da ist mir das gleich wieder passiert. So, und wieder ab nach oben zum Schalter für den Strom. Ich kann auch nochmal betonen, mir gefällt einfach diese ganzen Hintergründe hier. H-Hin-Hindergründe! Hintergründe? Mit diesen Rohren, die da irgendwie so, ja, so unprofessionell irgendwie verlegt sind. Also gerade wie es irgendwie gepasst hat. Guckt euch das mal an. So. Strom aus und ab zum ersten Ventil. Schön Quicksafe noch gemacht. Genau, da müssen wir nicht, falls es nochmal schief geht, müssen wir nicht direkt wieder da hochlaufen. Nochmal Quicksafe gemacht. So, jetzt abwarten, bis der gute Flugslick wieder nach oben kommt. Da war er. Und jetzt wieder am zweiten Ventil gedreht. auch wieder nur so lang, bis das Lämpchen leuchtet. So, und weiter zum dritten Ventil. So, und jetzt läuft ein Countdown von 14 Sekunden. Wir müssen jetzt zum Notausgang, der nämlich da ist, den wir auch schon mal gesehen haben. Genau. Man hat auch, wenn die Zeit auf Null runterläuft, hat man immer noch ein paar Sekunden Zeit, denn dann sieht man schon, wie die ganzen Steine und so von oben runterfallen und alles kaputt. Ja, und damit mit einer kleinen Ladepause sind wir jetzt in der Wildnis. Das weiß gut. Und das war auch, finde ich, eine sehr gute Position hier, um Schluss zu machen. Wie gesagt, so sage ich jetzt, wie gesagt, hoffe ich, dass euch dieses Let's Play bis hierhin gefallen hat. Ich werde da, glaube ich, nochmal speichern, so wie das aussieht. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play bis hierhin gefallen und ja, hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!